Tag zusammen und willkommen zurück zu Dead Space 2. Die Folge stieß direkt an der letzten an, weil ich hier sowieso kein Savepoint hatte und ich nehme ein bisschen im Voraus auf, wahrscheinlich für die Woche. Jetzt kann ich Stardepack zum Beispiel mal benutzen. Jetzt bringt mir das auch was. Äh, nein, nicht so. Mit dem Pfeiltasten. Dann E benutzen. So, hoch. Okay, das war jetzt aber, das habe ich, äh, in der letzten, oh, das habe ich in der letzten Folge sehr gut gemacht heute. Da könnt ihr mich ruhig mal loben für in den Kommentaren. Dass ich dat so gut gemacht hab. Medipackmittel, das ist auch gut. Dat kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Du bist tot, ne? Dann verpiss dich. Die Bolzen. Okay, hier scheint aber... Hier muss aber irgendwas noch versteckt sein. Hab ich dat Gefühl. Aber meistens... Täuscht mein Gefühl mich eigentlich nicht. Hier steht so ein Bolzen-Ding. Das ist aber scheinbar nichts mehr. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal, ich muss hier lang, ne? Oh, die Steuerung ist sowas von... Man kann nicht... Hallo? Achso. Heck. Let's go. Alter. Oh oh. Da. Nein! Boah, fuck. Scheiße, das schaff ich nicht. Doch. Okay, das ist halt nicht so mein Fall, die wird hacken. Also, es klappt zwar meistens, aber... Entweder auf dem letzten Drücker oder, was weiß ich. So, die sind doch nicht so tot. Hallo? Oh man. Die Schrauben sind fest. So fest. Das ist der zweite Schritt. Hallo? Du musst doch. Oh, ich bin gerade erschrocken. Hallo? Ticketstation. Ich brauche aber ein Ticket. Ticketstation heißt, dass hier die U-Bahn... Äh, die Bahn ist. Hä? Da ist ein Mensch. Da. Vielleicht soll ich lieber nicht schießen. Vielleicht ist die dafür da, dass ich die Position sparen kann. Oh, ich kann nicht mehr nachladen. Ich weiß nicht. Da kommt mir immer mehr. Ich glaube, ich muss drüber gehen, um das mal anzubrechen. Loll! wenn sie reden wollen dann von da aus der letzte der das behauptet hat wollte mich macht ihr da jetzt fräulein nicht weggehen mann der erste richtige mensch hallo schlechten start ich bin isaac was wollen sie isaac ich versuche zum transitknoten durchzukommen ich muss unbedingt zum regierungssektor und was glauben sie was wir hier versuchen wir hey ich kann ihnen helfen außerdem haben wir bessere chancen wenn wir zusammenbleiben meinen sie nicht auch keine chance isaac andere leute sind nur ballast ich öffne ihnen die tür aber danach sind sie allein ach man ich will freunde haben folgen sie mir nicht okay warten sie warten sie ich brauch doch freunde mann ich bin doch immer so allein hier brauch soziale kontakte und sex nein das war ein scherz da kirche ah ich kann nachladen was haben wir denn hier hm was schema impuls projektil die habe ich doch schon was soll das mit diesem shop eigentlich ich verstehe den shop immer noch nicht habe ich jetzt da irgendwas übersehen guck mal der hat eine wurst in der hand so gehen wir mal in den aufzug und wie zu erwarten war ist die alte weg nach warum hat die frau die hier lang gelaufen ist das nicht getötet schon das sieht aus wie kanzler auf jeden Fall wieder diese komischen Spuckdinger Ah, das sieht so eklig aus Ich willst du eine andere Methode finden, um die kaputt zu machen Ich glaube, ich nehme dafür die Nidbolzenpistole So, warum habe ich jetzt Impulsprojektile bekommen? Gibt es jetzt andere, oder was? Warte mal Was sind denn die Dinger? Hier sind die doch Verstehe ich nicht Das verstehe ich jetzt aber nicht So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Halbleiter hier verkaufen Ach, es waren nur zwei, ich dachte zwar einfach viele Ja, sicher bin ich sicher Oh, Alter, wie viele von den Dingern hier ich habe So viel benutze ich doch niemals Hier und ein Den angefangenen Stack von den Äh, Mieten können wir auch mal verkaufen Da können wir jetzt nämlich wieder neue Munition Ähm, für meine Lieblingswaffe kaufen So, warte mal, wie haben wir jetzt? 25, 11 Heißt, ich brauche noch 6 Ne, warte mal 9 Plus 5 Sind Richtig, 14 Also kaufe ich noch zwei Stück und dann habe ich 23 Perfektum So Alles klar Speichern Wie viel weit ist die Folge? 9 Minuten erst Guck mal da Da gibt es eine Frau Draußen Speichert trotzdem mal Katze Ruhe Du kannst gleich raus Ich habe das vergessen eben nach der letzten Folge So Ja, warte, Katze Hier kommt erst mal ein paar Gegner Was? Oh, das hätte passen Kommt noch ein kleiner Viecher Ey Oh, ne Oh, ne Leute, da liegt immer noch der eine Tiefbau Scheiße Ja Freundchen So haben wir ja nicht gewettet, ne Hassen Arsch Da wo Gegner? Ne Doch Jetzt höre ich ein Äh Oh, lol Zum Glück machen die so'n Krach, alter Da liegt was Energieknoten Lol Ich höre noch einen Da, ne Wand Hä? Wie ist denn Pistole, Möhm? Wo ist du? Da Au Wow 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 Au! Da habe ich vergessen, dass der jetzt nicht weit kotzen kann, der kleiner Wichser. Hier aber noch so ein Vieh. Was? Wo ist es? Jetzt hört es ganz laut. Wo ist es? Hä, das Geräusch kommt von hier. Ah da! Guck mal! Da hat er sich versteckt. Böser! Was ist das hier? Trixis. Ich höre schon wieder so ein Vieh da. Ich bin so, das macht voll wenig Schaden, Alter. Äh Leute, ich höre schon wieder eins! Wie viele von den Mistviechern gibt es denn hier? Was? Nein! Aua! Wo? 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 Muss mich bewegen. Wo war dieses Scheiß? Wie ist noch eins? Das da oben habe ich getötet. cool! Die sind so klein! Hallo, da! Ich kom... Ach da! Okay, warte. Ja. Achnoch. F. Impulsprojekt. Ne, war nicht Impulsprojekt. So, hier muss ich anscheinend rein. Aber die Zeit ist jetzt eigentlich auch schon fast zu enden. Und ich will jetzt nicht zu weit vordringen. Jetzt machen wir die Folge einfach mal ein bisschen kürzer. Kann ich nämlich jetzt mal speichern und eine kurze Pause machen. Obwohl, brauche ich eigentlich gar nicht. Ne, komm, ich gehe weiter. Ich mache einfach weiter. Ich muss ja eh noch ein paar Folgen aufnehmen für die Woche. Ich kann halt jetzt auch durchziehen. Hallo? Ich bin hier im Kinderparadies. Ein Teddy! Hi! Wenn die Frau nicht mit mir spielen will, muss ich mit dem Teddy spielen. Was ja alles gibt, halt. Hallo? Hier ist zu. Das geht auch nicht auf. Warte mal. Haben wir denn hier? Nein, ist gut. Oh, ich bin schon. Okay, das sollte mir anscheinend zeigen, dass diese Viecher ganz schön gefährlich sind. Okay, 15 Minuten Pause. Oh, oh. Nein. Jetzt kommen nicht ganz viele Babys an, oder? Babys? Ihr werdet jetzt schlafen gehen. Sofort. Nein. Nein. Nein, ihr geht jetzt schlafen. Habe ich gesagt, ihr sollt schlafen gehen? Ja. Ja. Ich habe gesagt, ihr sollt schlafen gehen. Nein, seid artig. Böse Babys. Nein, ich treffe nicht. Oh, fuck. Aua. Fuck, Alter. Oh, mein Gott. Oh. Ich will niemals Kinder haben jetzt. Jetzt ist es vorbei, Mann. Hallo? Du bewahrst die Kiste. Ah, danke. Oh, dieses komische Geräusch. Oh, mein Gott. Hallo? Sind hier noch ein paar Babys? Mein Gott. Ich muss die Folge beenden, Leute. So, danke, wenn es da gucken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead Space 2. Bis dann. Ciao. Ciao.